Ich begrüße herzlich die Vertreter der Presse, die Zuhörer und Zusehenden in Nebenräumen und ganz besonders die beiden Coaches, auf Seiten von Bayreuth Marco Vandenberg und auf Seiten der LCA Gießen-Fordesixers Björn Harmsen. Die Glückwünsche gehen an Marco Vandenberg. Ihr Statement zum Spiel bitte. Zunächst gratuliere ich für das Basketball, weil es war ein richtig tolles Basketballspiel, denke ich. Für Coaches nicht, aber ich denke für Zuschauer unparteiisch wenigstens sehr leidenschaftsvolles Spiel, unglaublich viel Intensität, Kampfgeist, wie ein Playoffspiel. Und hätte Gießen gewonnen, dann wäre das auch nicht unverdient gewesen. Gießen sehr gut gespielt, unglaubliche Dreier getroffen mit ihren langen Spielern, wichtigen Momenten auch. Schlau, Missmatches ausgespielt, also es war keine schlechte Partie von Gießen. Über mein Team kann ich sehr zufrieden sein von der Art und Weise, wie wir uns zurückgekämpft haben im Spiel. Und ähnliche kleine Sachen waren wichtig. Ich denke, Ginti an der Freiburg-Linie, dass er so oft an der Freiburg-Linie kam. Ich denke, dass das für uns sehr wichtig war. Ich denke, in solchen Spielen, eigentlich ein Playoffspiel, wenn man über Klassierung in der Liga spricht, ist das Vermogen, um an die Freiburg-Linie zu kommen, sehr wichtig. Und Ginti hat das hervorragend gemacht. Und für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Spielmacher und unsere zwei ihre Dreier machen. Wir mussten ein bisschen kompensieren, dass wir nicht so viel 1 gegen 1 in der Low-Post haben. Und das hat die letzten vier Spiele total, war nicht da. Und heute waren Gipsen und Ginti ziemlich gut wieder und auch dominant. Aber es sind nur kleine Sachen, weil an der anderen Seite hat Pruitt natürlich auch großartig geschossen und auch Steward und Pritschifiz auf wichtige Momenten auch. Also es war für mich, ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben für unser unglaublich wichtiges Spiel für Bayreuth. Aber wenn ich um Parteien gewesen wäre, würde ich sagen, tolles Spiel. Vielen Dank. Herr Byrne, die Frage an dich. Deutliche Führungen zur Halbzeit und ein komplett anderes Spiel, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, was wir gesehen haben. Ja, mein Glückwunsch natürlich an Marco. Ich glaube, es gibt so Spiele, die haben eine eigene Geschichte, so wie dieses Spiel heute. Ich glaube, dass wir mit einer guten Einstellung das Spiel begonnen haben, dass wir das Spiel auch, glaube ich, in vielen Phasen spielerisch besser gespielt haben. Wir haben 17 Assists und 10 Turnovers. Aber dann kamen in der zweiten Halbzeit Gipsen und Gianti und haben das Spiel in die Hand genommen. Und sie waren dann nicht mehr zu halten und haben ganz schwierige Würfe auch getroffen, mit Hand im Gesicht, mit großen Verteidiger, kleinen Verteidiger. Wie Marco gesagt hat, Gianti hat sehr clever agiert, auch als wir in der Team-Fall-Situation waren. Aber ich glaube, die Beiräte haben in der zweiten Halbzeit 9 von 11,3 angeworfen. Sie haben aus dieser Trefferquote von 60 Prozent, trotzdem nur 7 Assists. Das heißt, dass sie viele Würfe natürlich in 1 gegen 1 Situationen kreiert haben und die Würfe getroffen haben. Ich weiß nicht, was man hätte noch anders machen können. Also Zone wäre mit Sicherheit kein Mittel gewesen gegen diese Schützen. Und wenn im 1 gegen 1 Situationen die Spieler, Gianti und Gipsen, so ihre Würfe treffen, dann ist es unmöglich, denke ich, fast unmöglich, dieses Spiel noch zu gewinnen. Denn wir haben, glaube ich, wie gesagt, offensiv ganz gut gespielt, den Ball ganz gut bewegt. Wir haben 83 Punkte gemacht. Aber wir haben, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hier 60 Punkte kassiert. 63 Punkte kassiert. Und einfach viele, viele schwierige Situationen dabei. Die Spieler haben natürlich jetzt, lassen gerade ein bisschen natürlich ihren Kopf hängen, was verständlich ist. Aber ich glaube, dass sie gekämpft haben. Das ist ja immer wieder für mich der entscheidende Faktor. Und sich reingehängt haben. Aber nochmal Glückwunsch, wie gesagt, am Bayreuth. Sie haben letztendlich diese Würfe getroffen und reingemacht. Und wenn man am Ende diese Würfe trifft und reingemacht, dann hat man halt auch verdient, dann zu gewinnen. Danke. Gibt es Fragen von Ihnen noch an die beiden Coaches? Sie sagten, dass Sie die Zone ausgeschlossen haben. Ich meine, eine Veränderung hätte ganz gut getan, einfach im Verbund, im Deckungsverbund, um sie vielleicht mal in eine andere Situation zu bringen. Naja, wir haben ja die Situation auch in Bayreuth gemacht. Da haben sie uns dann sofort gleich abgeschossen. Wenn ein Spiel da auf der Schneide ist und Gleichstand ist, da hätte man vielleicht in der ersten Halbzeit etwas versuchen können. Da war aber, denke ich, die Verteidigung völlig in Ordnung. Da hat es in 16 Punkten geführt. Und wenn man dann in der zweiten Halbzeit in einem Heimspiel, wo Spieler des Gegners, wie gesagt, aus ganz schwierigen Positionen und Situationen ihre Würfe treffen, da Roulette zu spielen und zu sagen, jetzt schauen wir mal, ob sie dann ihre Würfe auch noch treffen, ist, glaube ich, bei der Phase des Spiels nicht angebracht. Vielleicht ist es angebracht, wenn man dann mal in den Rückstand gerät, sieben, acht Punkte, ja, dann kann man das probieren. Aber der Rückstand, der etwas deutliche Rückstand kam ja wirklich erst, glaube ich, in den letzten zwei Minuten oder der letzten Minute. Weitere Fragen noch? Können Sie uns aufklären, Sie haben einen neuen Spieler im Freihout oder einen Jeremy Good? Ist das richtig? Wir probieren mehrere Spieler aus und wir haben noch zwei Spots zu besetzen bis Ende Februar, das sind zwölf Tage und werden mehrere Spieler probieren auf der Position und dann uns hoffentlich auch für den richtigen entscheiden oder für die richtigen beiden entscheiden, die uns letztendlich dann auch weiterhelfen werden. Haben Sie jetzt einen im Freihout oder nicht? Zur Probe, ja, aber ich bin auch nicht der Erste. Ja, ja. Weitere Fragen? Okay, dann noch die offizielle Zuschauerzahl, das sind 3085. Vielen Dank und am 3. März das nächste Heimspiel gegen NBW, Ludwigsburg. Wir brauchen die Taste. R1. März das module. BDE und DON